hallo und herzlich willkommen zur allerersten folge dinge designen mit mir heute designen wir schuhe für meinen freund im razer look design whatever ich glaube jeder kennt razer das ist so eine gaming marke man sieht sie da auf dem bildschirm und ja gerne und deswegen machen wir das und wir fangen am besten gleich an mit dem er so das war der erste und mir gefällt eigentlich ziemlich gut na dann wie ich sagen wir starten mit dem zweiten ja das ist das gute stück der sieht aber noch ziemlich kahl aus aber wenn man ein grünes ende gehabt dann lässt sich das ändern ja auch der zweite schuh ist jetzt fertig gefällt mir ganz gut und die beiden kriegen jetzt noch erklärtes makeover also einfach eine kleine zweite schicht und ja wir sind gleich sehr nice ja das makeover ist fertig die zwei schuhe sehen cool aus und ich hoffe er freut sich ja das war's eigentlich von meiner seite lasst ein abo da wenn euch das video gefallen hat oder über einen kleinen daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen und wenn ihr schon dabei seid dann schreibt mir doch gleich in die kommentare was ich nächstes mal machen soll